So, komm, da gibt's noch mal was zum einsammeln, da ist ja noch ein Zelt, ja, wir haben mal hier die Leute entsorgt hier, genau, hier war ich schon drin, kannst du noch mal hier reinkommen, hier liegt glaube ich noch was für dich, für mich, ja guck mal bitte, guck mal, oder hast du alles, oder blinkt noch was auf, ja doch, da ist er, Pistolenmon hat er genommen, okay, Waffe wechsel ich aber nicht, muss ich nicht haben, da ist hier glaube ich noch was, da ist zu wichtig, hier ist noch so eine Verbandstasche, geht aber bei mir nicht, bei mir auch nicht, so, und da ist noch, ja, momentan in dem Zelt waren wir ja, ich komme gerade ein bisschen durcheinander, ähm, okay, welchen Weg müssen wir denn hier zu lang, den Weg da unten müssen wir runter, ne, weil hier geht's dann immer lang, wo, da ganz oben, ne, soll ich mal versuchen mit dem 178, äh, ja, wenn da Gegner sind, Miri, lass es lieber, wieso, wenn ich den treffe, sind 178 Meter, dann wird ja wohl keiner in den Schuss hören, oder, ach, da ist ein Gegner, warte, ich markiere mal, genau, bitte mal markieren, ich guck auch mal nach, mal nach, mal nach, da ist einer, da ist auch noch einer, da ist einer, da ist einer, Der Vincent Krugenberg, geht keiner Rauferei aus dem Weg, der Vincent, äh, mhm, und ich hab den Viktor Bayer gerade hier, überzeugt, dass Deutschland den Krieg gewinnt, Ah, okay, ein kleiner, überzeugter, okay, ich verstehe sie. Was haben wir denn noch hier, also, da müssen wir aufpassen, wir haben bestimmt auch noch viel zu holen hier. Ja, und da muss ein Offizier sein, ne? Irgendwo muss da ein Offizier sein, das ist korrekt. Obwohl, hier laufen die lang, man hat ja markiert, dass die, die Offiziere sind dahinter noch irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Okay, nutzt ja nichts, wie... Und da ist der Steinadler, also direkt dahinter ist er erst. Also müssen wir die holen, das ist alles nichts. Also los geht's. Mit dem Schuss, oder näher ran? Komm, näher ran. Okay. Immer schön ins Gebüsch. Ich hab nur Panik, dass wir nicht alle gesehen haben. Da haben wir ja, ich meine, so ziemlich alles... Geh mal ein Gebüsch weiter, ja? Halten Sie mir mal den Rücken frei. Kann ich nicht, weil ich gerade... Weil ich gerade beobachte. So, ich komm mal nach. Ja. Da ist er. Markieren, markieren, markieren. Soll ich noch einen weiter? Wir schnappen uns erst mal die Vögel jetzt da. Jetzt, he? Doch nicht von hier aus. War nur ne Frage. Ein Gebüsch weiter, oder... Stopp, hier ist noch einer, den haben wir nicht markiert. Doch, den haben wir markiert. Was ist da los? Hat der dich nie gesehen? So, du rechts, ich links. Ja, warte, dann gehe ich rechts von ihm. Ich ziehe doch... Das wäre natürlich ne gute Gelegenheit gewesen, wo gerade das Flugzeug rüberfliegt. Ja, aber wenn wir beide... Bist du bereit? Warten Sie? Ja. Lunge leeren. Jawohl. Und... Stopp! In den Kopf. Beide weg! Boah, der fliegt, ey. So, hol ihn den Adler. Da ist irgendwas am reden. Stopp. Bis jetzt sehen wir keinen. Wir haben beide zusammengeschossen, das war gut. Ja, aber irgendeiner hat das gehört. Nein, dann wird er angezeigt. Okay, dann versuche ich jetzt den Steinadler. Hm. Wunderbar. Wow. Du schmeißt auch immer zu viel Munition weg. Du machst einen Schuss und hast noch vier Stück drin und schmeißt dann das Magazin weg. Eigentlich nicht, ich lade nach. Ja, brauchst du doch gar nicht. Aber irgendwo sind hinter uns auch noch welche, ne? Meinen sie? Ich höre Stimmen. Ja. Aber ich weiß nicht, wo die stecken. Ich rutsche mal ein Gebüsch weiter. Ja. Ich werde mal aufs Fernglas gucken. Aufs Fernglas. Mal mit dem Fernglas. Alles hier ab. Äh, irgendwo sind hier welche? Ja, aber die sind unter uns. Ist wieder alles klar, alles gut. Okay, ich komme mal zu ihrem Gebüsch. Alles klar. Hier geht's dann wieder runter. So, wir müssen die Typen wieder entsorgen. Ich habe meinen gefunden. Nur finde die mal. Ja, ich auch. Ab über die, äh, schaffen wir das? Und die gehen dann wohl ab über die Klippe, ne? Ist ja klar, ne? Hier gibt's nichts mehr zu finden. Na, ich schmeiß den mal hier runter. Hinter die Klippe. Ja, da tut mir zwar leid, aber... Du wirst wohl schwimmen müssen, Kollege. Was mir sehr leidet. Na, diese Tatnetze, die kommen mir sehr gut von vorne. Jawohl. So, einmal die Zelte durchsuchen, bitte. Ein Brief. Ja. Die dürfen lesen. Vom 12. Mai 1943. Lieber Joost, ich hoffe, du kümmerst dich anständig um Mutter und Vater. Du hast mich gebeten, dir auch mal zu schreiben. Also bitte, hier kommt ein ganz eigener Brief. Um deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube, dass ich wieder nach Hause komme. Man hat uns gebeten, einen Abschiedsbrief an Freunde und Familie zu schreiben, falls uns etwas zustoßen sollte. Aber das ist nichts für mich. Das wäre wie aufgeben. Und um deine zweite Frage zu beantworten, ja, ich glaube, dass der Krieg bald ein Ende hat. Ich kann dir nicht viel sagen, aber wir haben einen Ass im Ärmel, mit dem wir die Amis und die Tommys schon bald in die Knie zwingen werden. Danach können wir uns zusammentun und uns die Roten vorknüpfen. Guter Plan? Jedenfalls mach mir keinen Ärger, kleiner Bruder. Wir sehen uns bald wieder. Viktor. Ich habe das Gefühl, dass das einer von denen waren, die wir gerade weggemacht haben. Die Tasche, wobei die kann ich leider nicht mehr nehmen. Die müssen sehen. Hat der Brief ja sein, hat der Brief ja seinen Sinn. Ja. Wie kann ich mich denn, Moment, da war ich alles ab. Sag ich mal eben kurz, warte mal, wo habe ich den? S-Min, Stolper-Min. Müssen sie sich da nicht? Vielleicht müssen sie das gar nicht. Wie kann ich denn jetzt nicht rein? Was war denn das? Stabilisieren? Hm. Eigentlich muss ich das schon. Egal, aber ich sehe gerade, du siehst noch auf der Minimap. Warte, ich gehe das andere Zelt, war da nichts mehr? Zwei Stück, ein rechts, ein links. Wir gehen jetzt aber erst mal links rum. Oh, ein letzter Rät. Ja? Ne, ich glaube nicht. Wir gehen mal links rum, weil wir uns... Ich denke mal, hier ist der. Aber ich bin mir nicht sicher, dass er der Offizier ist. Pass mal auf, da kommt einer jetzt hier hoch, glaube ich. Oder? Geht der da unten lang? Ja, wir schauen mal. Ja, das Dumme ist, wir sehen den nicht, das ist das Problem. Weil der nicht markiert ist. Jedenfalls kommt der hier hoch. Aber egal, lass uns mal hier lang. Gehen von oben. Lass uns mal einen Blick von oben holen. Ja, ich weiß nicht, ob der da hochkommt. Vorsicht. Ist vielleicht einfacher. Die fliegen aber ziemlich tief da. Warten Sie doch mal. Da rennt einfach los. Wollte hier mal eben mit dem Fernglas einmal alles abgucken. Natürlich. Weil der mir doch sehr nahe kam. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ja, hier ist jemand. Jetzt machen Sie richtig Alarm. Scheiße, der hat mich gesehen. Und hier kommt noch einer an mir vorbei. Ich nehme mal die Bell Road. Ja, da kommt noch einer. Einer ist down. Ja, wenn er kommt. Ach, da ist er das. Ich schnapp ihn dir einfach. Jetzt kommt er. Er kommt zu Ihnen. Der ist schon bei Ihnen. Da ist er. Okay, ich habe ihn. Schön, dass er da ist. Der, 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 der lebt noch einer. Was? Der lebt noch. Da kommen wir noch mehr, glaube ich. Der lebt noch. Können wir den abverhören? Nahkampfgill. Oh, ist er da einen gekriegt? Komm doch mal. Mit dem Toten? Komm mal hier rein. Oh, scheiße. Da kommt noch einer. Nein. Nein, du sollst hier einfach nur hier reinkommen. Ich muss mal eben hier verstecken. Kann jetzt nicht. Der kommt hier gerade hinter mir. Pass auf, der kommt hier. Ja, der ist ja auch hier unterhalb. Ich sehe den noch nicht mal. Ja, da kommt noch jemand. Der ist bei dir. Okay. Ah, der kommt hier die Treppe rauf. Hol den hier. Ja, sie hätten da gerade nicht schießen sollen. Ich schmeiß den hier ins Gebüsch. Na ja, gut, okay. Aber musste ich ja. Ging ja gar nicht anders. Ich schnapp mir den Vogel mal und werd mir den mal hier... Ich hab den ja hier weggemacht. Aber wo kam der denn her? Verdammt. Alter. Ich hab den immer noch nicht raus. Ja, ich muss nur kurz drücken. Dann lässt er die Leiche fallen. Aber wenn ich lange drücke, dann schmeißt er den. So, da hinten ist das Offizierslager. So, ich schmeiß den hier auch mal übers Geländer wieder. Tschüss. Yippie. Dann können wir da schon den ersten Offizier. Zack. So, genau. Komm mal hier oben rein. Nein. Komm mal hier rein hier. Oh, warte. Komm. Bist du schon drin? Hätten sie nicht sagen dürfen. Ja, hier oben kommen. Hier sind so einige Sachen hier. Was dürfen sie doch nicht zu mir sagen? Hier liegt so einiges rum. Was darf ich nicht sagen? Aber alles das, was ich schon habe. Ja. Hier liegt einer. So, jetzt schauen wir doch einmal nach. Einmal auf, wo wir das nochmal tappen. Und dann auf Werpass. Ja. Und jetzt noch Bänder haben wir... Oh, ich hab schon zwei Bänder gekriegt. Du auch. Hm, hm, hm. Da gibt es aber ganz schön viele. Du leck mich am Arsch. Äh, dann haben wir Medaillen. Haben wir auch bekommen. Fortschritt vier... Also... Äh, äh, äh... Äh? Was? Wie jetzt? Das sind drei Seiten. Oh Mann, ey. Und einmal Sammelobjekte. Die Insel. Hat die Miri ja vorgelesen. Lieber Jünter. Lieber Joost. Äh, der zweite Steinadler. Und einmal den Dienstplan. Den haben wir auch noch gar nicht gelesen, ne? Okay. Dienstplan. Standort. Kontrollpunkt. Und Umgebung. verantwortlicher Offizier, Oberleutnant, äh, Hans, Agatha, Anwesenheit keine, Anweisung des Offiziers. Einheiten sollen den Kontrollpunkt bewachen und den nahegelegenen Stand, Strand, Strand. Patrouillen? Patrouillen. Außerdem müssen wir patrouillieren in den... Patrouillen, genau, danke. In den Außenbezirken der Stadt nahe des Kontrollpunkts stationieren. Anmerkung des Offiziers. Na, sehr überheblich. Müssen die Augen offen halten, auch wenn wir keinerlei Schwierigkeiten erwarten. In den letzten Bericht, haben Sie das schon, von dem Herrn Erich Hosenfeld? Absolut. Ah, das sind Anzahlabschüsse 14. Nee, den können Sie aber machen. Den habe ich aber gefunden. Das war, als wir so ein bisschen angetastet haben. Nach Lorino auf dem Festland versetzt. Zivile Befriedung abgeschlossen und Leichname umgesiedelt. Eine Ehre, General Schmidt zu dienen. Freue mich, wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Ein obergefreiter Erich Hosenfeld. Hosenfeld. Da haben wir die Steinadler. Einmal. Und zweimal. Und da oben habe ich noch einen Brief. Den haben wir auch noch nicht, ne? Aus Köln, den, ne? So, der sieht's aus. Den haben wir schon? Okay. Ja, doch, doch, doch. Das ist eine Trappe, weil ich wollte hier nämlich mal hier so ein bisschen schnuffeln. Ja, wir sind die da oben hingekommen. Ich komme mal dahin. Ja, ich habe schon einen markiert da unten. Ah ja, da oben war ich auch noch nicht. Genau, wir wollten ja mal uns ein bisschen drüber befohlen. Da ist noch einer, den ich markieren werde. So. Das ist sehr, sehr gut. Und was haben wir denn noch hier? Haben wir hier auch irgendwo so ein Point? Das sind wir. Weiß ich nicht. Da ist auch noch einer. Also den Offizier haben wir hier weggemacht, ne? War richtig, ne? Das ist der... Das ist der Franz. Moment, ich schau mal auf die Karte. Also eigentlich noch nicht. Das er seine Schwester schicken wollte. Guck mal an. Nee, nee. Nein, als Soldat hat da sowas nichts zu tun. Er hat einen Befehl in Folge zu leisten. Und hier nicht eigenmächtig irgendwelche Sachen klauen. Ja, wo denn? Ja, da mögen sie vielleicht recht haben. Da läuft noch jemand, den sie noch nicht markiert haben. Den sehe ich immer noch nicht. In 28 Metern, den haben sie noch nicht gesehen. Ach, da oben. Da oben, okay. Gerade auch, sie haben mich noch markiert. Ja, da hinten ist aber noch einer, den haben sie wiederum nicht gesehen. Haha. Da, dem roten Trecker steht der. Oh, ich sehe dich. Erfolgsfortschritt habe ich bekommen, weil... Das stimmt allerdings. ...dann ich ihn gesehen habe. Ja. Ja, okay. Ich hatte auch was bekommen. So, wir gehen jetzt hinten rum, so. Genau. Und werden alle Offiziere so... Mittlerweile wird es ja Zeit. Also wir müssen von hinten nach vorne, ne? Weil wir können ja nicht die ganze Zeit hier nur doof rumhängen. Also los, weiter geht's. Ja, wir gehen jetzt hier so rum. Kommen sie einfach. Wir schnappen uns die... Wir müssen ja sowieso noch hier durchsuchen, alles. Aber da kommen wir auch nicht weiter. Wir müssen wieder ganz rum. Zwar müssen wir hier runter. Auch, warte mal, hier unterm Strand rennen auch mich herum. Äh, am Strand. Komm, wir da sagen. Ne, scheiße, wir kommen da gar nicht lang. Was? Ey, den habe ich noch... Den habe ich markiert. Den habe ich auch markiert. Da unten rennt einer rum. Ja, ich sehe ihn gerade. Warten Sie mal. Kriege ich den noch irgendwie ins Auge? Ne? Genau unter uns ist einer. Genau unter uns ist einer. Also mit dem Leiter runter ist aber auch ein bisschen schwierig, ne? Und da steht auch noch einer. Da würde ich... Warte, stopp mal. Hier ist ja noch mehr. Da sind zwei. Warten Sie mal. Einer. Oh, das ist ein Offizier. Okay, den immer richtig. Ich habe hier den Hänschen Lehmann. Da ist noch einer. Den hole ich mir. Den Trall auf eine Landmine, die jedoch nicht hochging. Ja, den habe ich. Und der Offizier. Wir wurden fast gesehen. Hier ist noch einer. Das ist der Leopold Bachmeier, überzeugt davon, hier zu sterben. Den Offizier, den kann man gar nicht. Der Offizier ist der Rudolf Heiler. Ja, ich werde Augen und Ohren offen halten. Pass auf dich auch. Okay, ich glaube jetzt haben. Ja, den kann ich jetzt leider nicht mehr. Aber da müssen wir einmal mit der Trance... Okay, da runter müssen wir, dann haben wir den ersten, die ersten Offiziere an den Arsch. Boah. Was für ein Weg. Okay, egal. Ja, hallo. Kommen Sie. Wir haben ja hier alles gesäubert. Also von hier kann ja nichts mehr kommen. Ach, hier runter, ne? Ich hoffe, dass wir alles gesäubert haben. Das werden wir jetzt erfahren. Ich weiß es nicht. Da ist doch was, dann müssen wir noch einmal nachprobieren. Weil wir sind ziemlich nah an den Offizieren. Wir können aber diese Dinger hier... So, die können wir uns kaputt machen. Ja, da brauchst du es gleich. Ching, 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 ching. Hier ist nix. Ja? Oh, ich habe ja noch was gefunden. Okay, ich schau mal nach. Ich bleib lieber hier und warte. So, das ist wieder ein Brief in die Heimat. Bergluft. Lieber Vater, ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung. Das mit Herrn Binger und seiner Familie tut mir leid. Das waren brave Leute und so etwas hatten sie nicht verdient. Wenigstens war es schneller als der Tod. Und sie haben leiden müssen. Die Engländer und ihre Bomben sollen verflucht sein. Wie sehr mir gute Bergluft fehlt. Wie auch immer. Ich muss jetzt Schluss machen. Wir erwarten hohen Besuch und müssen uns darauf vorbereiten. Dein dich liebender Sohn, Erhard. Dann gucken wir mal hier weiter. Tja. Ja. Da geht es auf jeden Fall irgendwo runter. Wir müssen hier runter. Hier geht es runter. Boah, wir haben einen richtig dicken, fetten Auftrag hier. Aber sehr tief hier. Aber jetzt soll ich hier runterklettern. So, hier geht es runter. Hey, hey. Hey, Vicky, hey. Hier können wir wieder runterklettern. Ach, was? Wir könnten die Tonnen da, aber dann gibt es da einen riesen Tralala. Ich gehe mal in Gebüsch. Mit der Wellroad. Wir nehmen die alle einzeln, die Kollegen hier. Ich gehe mal hier rüber. Alle einzeln, leise. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Mit der Wellroad. Ich gehe mal hier rüber, dann gucke ich mir die Aussicht mal hier an. Aber ich finde es schön hier. Oh, das sieht richtig schön aus. Hören Sie mal. Warten Sie, ich komme mal hier rüber. Ja. Moment, stoppen Sie mal. Warten Sie mal, ich gucke auch mal. Oh ja, das ist schön hier.